Rudolf Ulrich, 4. April 1997 in Berlin war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, der in den späten 1950er und 1960er Jahren einer der meistbeschäftigten Darsteller in der DDR wurde. Er spielte in etwa 180 Kino- und Fernsehfilmen der DEFA und des Fernsehens der DDR mit Leben. Nachdem er zuvor Schauspielunterricht bei Müller-Ruchel nahm, debütierte Ulrich 1947 an einem Theater in seiner Heimatstadt Halle. Es folgten das Landestheater Altenburg und ab 1950 die Kasekunden Berliner Theater der Freundschaft. 1950 zog er zusammen mit seiner Frau Hannah nach Berlin. Dort kam 1953 seine Tochter Bettina Rosi zur Welt. Seit diesem Jahr gehörte der Darsteller auch zum Schauspielensemble der DEFA, wo er in unzähligen Kino- und Filmproduktionen eingesetzt wurde. Seinen Durchbruch als Schauspieler feierte Ulrich 1957 in Jung-Alzins Franz Fühlmann Literaturadaption betrogen bis zum jüngsten Tag, wo er in der Filmrolle des Wehrmachts obergefreiten Wagner, der sich hier von einem Mitläufer zu einem Mittäter entwickelt, Internationale Bekanntheit erlangte. Der Film, welcher 1957 für die Goldene Palme bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes nominiert wurde, bescherte ihm lukrative Filmangebote aus dem Ausland und ließ ihn in der Folgezeit zu einem der meistbeschäftigten Darsteller der DDR werden. Er avancierte zu einem sehr wandlungsfähigen Schauspieler, der in sämtlichen Filmgenres beschäftigt werden konnte. Sein Stern begann Mitte der 1970er Jahre zu sinken, als er in mehreren jugoslawischen Filmen mitspielte, die seinerzeit nicht vom Ministerium für Kultur genehmigt worden waren. Als Repression wurden ihm nur noch kleinere Filmrollen in nationalen Produktionen der DEFA und des DFF angeboten, wie beispielsweise in der Fernsehserie Zur See oder der Fernsehreihe Polizeiruf 110. Die letzte Ruhe fand er auf einem Pankow-Friedhof. Filmografie 1954 Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse, 1954 Gefährliche Fracht, 1954 Chicago 1886, 1955 Der verschenkte Leutnant, 1955 Starr mit fremden Federn, 1956 Drei Mädchen im Endspiel, 1956 Genesung, 1957 Betrogen bis zum jüngsten Tag, 1957 Polonia Express, 1957 Die schönste, 1958 Der Tor Berlin, 1958 Jahrgang 21, 1959 Die Premiere fällt aus, 1959 Kapitäne bleiben an Bord, 1959 Der kleine Kuno, 1959 S.A.S. 181 antwortet nicht, 1959 Ehesache Lorenz, 1959 Eine alte Liebe, 1959 Brücke zwischen gestern und morgen, 1960 Seilergasse 8, 1960 2014 Sommerwege, 1960 Die heute über 40 sind, 1961 Die Liebe und der Co-Pilot, 1961 Der Fremde, 1961 Urlaub ohne dich, 1961 Der Schwur des Soldatenpulli, 1961 Eine Handvoll Noten, 1962 Tanz am Sonnabend, Mord, 1962 Mord ohne Sühne, 1963 Geheimarchiv an der Elbe, 1964 Schwarzer Samt, 1964 Viel Lärm um nichts, 1964 Als Martin 14 war, 1964 Egon und das 8. Weltwunder, 1965 Die Abenteuer des Werner Holt, 1965 Terra Incognita, 1965 Das Kaninchen bin ich, 1965 Berlin um die Ecke, 1966 Ohne Kampf kein Sieg, 1967 Geschichten jener Nacht, 1967 Cingachguck die große Schlangen, 1967 Die Fahne von Crivoyer O.G., 1968 Die Nacht im Grenzwald, 1969 Seine Hoheit Genosse Prinz, 1969 Krupp und Krause, 1970 Hart am Wind, 1971 K.L.K. an P.T.X. die Rote Kapelle, 1971 Der Sonne Glut, 1972 Tekumsee, 1973 Eva und Adam oder Privat nach Vereinbarung, 1974 Der Leutnant vom Schwanen Kiez, 1974 Der Staatsanwalt hat das Wort Moderner Diebstahl, 1974 Polizei Ruf 110 Nach Taxi, 1975 Die Männer vom River Kleitz, 1975 Explosion in der Zentralgarage, 1976 Ein Katzensprung, 1976 Zur Seefolge, die Hochzeitsüberraschung, 1978 Polizei Ruf 110 Die Letzte Chance, 1979 Für Mord kein Beweis, 1979 Schiff riert am Chef aus Fallnummer, 1979 Des Drachens Grauer Atem, 1979 Polizei Ruf 110 Barry Schwieg, 1980 Die Stunde der Töchter, 1981 Die Kolonie, 1981 Haustheater, 1983 Der Mann mit dem Ring im Ohr, 1984 Der Lude, 1984 Meine Frau Inge und meine Frau Schmidt, 1985 Der Doppelgänger, 1985 Startfieber, 1986 Der Hut des Brigadiers, 1988 Polizei Ruf 110 Der Kreuzworträtselfall, 1992 Sherlock Holmes und die Sieben Zwerge, 1994 Tattort Geschlossene Akten Von der Ruf 10 Der Töchter, 2019 Kino Der Ruf 11 Untertitelung des ZDF, 2020